Hallo! Nein! Nein! Hallo! 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 Die hat eine Frage an dich. Na gut! Nein! Was nein? An mich? Nein! Oh Gott! Was machst du denn? Musst du in deinen Ellbogen niesen? Na gut, nein! Oh Gott! Das ist nicht wahr! Okay, ganz ruhig! Seid ihr zwei? Ja, wir sind zwei Janas. Wo ist die andere Jana? Komm her! Oh Gott! Nein! Okay! Das geht! Na was denn? Puh! Das ist ein Einstieg! Okay! Ja, also wir warten jetzt schon seit heute Morgen um acht und jetzt haben wir die Hoffnung aufgegeben. Ihr wartet, wo wartet ihr? Screenshot! Screenshot! Ich sitz so! Okay! Warte! Wie macht man ein Screenshot? Das ist dein Handy! Warte! Ich hab ein Würstchen im Mund! Warte! Ich hab ein Würstchen im Mund! Nein! Leute! Oh mein Gott! Ich kann das nicht glauben! Scheiße! Entspann dich mal! Entspann dich mal! Shit! Habt ihr schon ein Screenshot gemacht? Screenshot? Nein! So, warte mal! Ich mach mal Foto im Fernseher! Oh nein! Das kann ich nicht glauben! Ohne Scheiß! Habt ihr auf dem Fernseher YouTube oder Twitch? YouTube! YouTube! Ihr müsst mal die Twitch-Apps... Ja, geht mal zu Twitch hinüber! 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 Nee! Jetzt hab ich euch hier! Gleich wechseln wir auf Twitch! Oh mein Gott! Ich kann das nicht glauben! Fuck! Fuck! Was glaubst du denn nicht? Dass ich jetzt gerade mit dir spreche und dass du mir gerade darauf antwortest? Zeig ihm deine Hand! Ich hab... Deinen Namen tätowiert! Ich hab das Sägeblatt! Ich komm jetzt äh... Nächste Woche... Nee, nicht nächste Woche... Nächsten Monat wird ich mit Termin Bahari Weiß holen! Oh mein Gott! Ich hol hier gleich! Bist du diese... Bist du diese Inkiana von... Ja! Ich geh aber mal an! 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 Okay! Von Instagram! Ich geh ab und zu mal eine Nachricht von ihr! Ich glaub nicht, dass das nicht... Alles klar! Die heult! Ach, die soll sich mal ein bisschen entspannen! Sag ihr das mal! Ich soll sich mal entspannen! Entspannen! Ich muss einmal was sagen! Sie hat am 10. Geburtstag... Ich hab überall versucht, dich zu erreichen! Irgendwie... Ich hätte so gerne irgendwie eine Autogrammkarte oder einen Geburtstagsgruß oder so für sie gehabt! Das wäre ihr größter Traum! Autogrammkarte ist natürlich drin! Kriegt sie! Oh mein Gott! Ich habe hier einen netten Menschen! Ich bin nicht so Fan, aber ich geh mal hier zu deinem allergrößten Fan der ganzen Welt! Also ich schreib jetzt für Jana eine Autogrammkarte, ja? Ist das okay, Jana? Oder möchtest du Ink-Jana genannt werden? Nenn dich wie du möchtest, aber ich... Klassische Jana! Du bist eine klassische Jana! Das ist so heftig, ey! Ich... Krass! Das glaubt mir keiner! Ich grüße die WhatsApp-Gruppe, die ich extra gegründet hab, ey! Damit ich mich mit... Oh nee, stopp! Stopp das nicht! Dankeschön! Entspann dich jetzt ein bisschen! Du darfst... Du darfst... Bitte? Jana, du darfst nicht vergessen, wenn dieses Gespräch zu Ende ist, unbedingt deine Postadresse bei Skype hier mir zu schreiben, ja? Machen wir! Oh mein Gott, geklappt das nicht, ey! Ja, okay! Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich versuch cool zu bleiben, ich hab hier mit einer... Hat nicht geklappt! Hat NICHT geklappt! Sorry! Muss ich dir so sagen, wie das ist! Hat nicht geklappt! Oh mein Gott! Ganz weit von cool war das! Schon seitdem du das Telefon halt angenommen hast! Wir haben die ganze Zeit... Weißt du wie viele E-Mails geschrieben? Aber irgendwie auch süß! Ich hab gesagt, das will nicht mehr! Ich so, scheiß drauf! Es ist egal! Ich so, die Chance kommt vielleicht irgendwann wieder! Und auf einmal... Ich so, mag an dein Handy klingeln! Dein Handy! Dein Handy! Und sie so, nimm ran! Oh ja! Jetzt... Ich kann's nicht glauben! Und jetzt ist er hier! Aber ihr seid ja unter euch! Du kannst ihn jetzt alles fragen, was du willst! Ja! Ja! So viele Fragen im Kopf! Keine Ahnung! Mein größter Wunsch ist, dass irgendwann, wenn ich mal bei dir auf dem Konzert bin, ich will ein Foto von dir, mit dir... Das ist mein größter Wunsch! Und ob die Frage, ob das irgendwann mal stattfinden kann, ein Foto mit dir... Klar! Also... Ich mach öfter mal Fotos mit Menschen! Das Ding ist, dass ich... Die Chance ist ja immer geregnet, oder? Ja! Das ist dann spontan und zufällig! So, ne? Und... Aber ich meine, nach so langer Zeit... Ich meine, du schreibst mir ja schon sehr lange bei Instagram auch! Ja! Und viel! Also hast du... Und ich meine, am Ende des Tages hat es sich doch irgendwie rentiert! Zumindest reden wir jetzt schon mal miteinander, ne? Ja, heftig! Also ich glaube, wenn du da... Wenn du irgendwie am Ball bleibst, wirst du es auch hinkriegen, dass wir uns irgendwie sehen bei irgendeinem Konzert! Also ich werde mich an dich erinnern! Gehe ich von aus! Ich habe mich ja jetzt auch an dich erinnert! Ja! Und dann schreist du einfach, ich bin's! Dann zeigst du das Tattoo nochmal und dann mach mir ein Foto! Dann werde ich dich auch ernster nehmen und dann mach mir ein Foto! Was hältst du davon? Ja, ich nehme mich das nächste Mal auch... Ich bleib dann auch ruhig! Ernster? Hä? Ernster als die Situation! Nicht ernster als jetzt! Sondern ernster, wenn mich irgendjemand anschreit aus der Menge! Sieh du, guck mal hier! Dann sind das alle! Aber wenn ich dich dann erkenne, weiß ich, okay, das ist die eine, die kriegt jetzt auf jeden Fall noch ihr Foto, ne? Oder ihr Foto! Du wolltest ein Foto! Hättest du 100% gewusst? Ja, da kommt wohl nach Prohnanruf! Ich glaube, ich wäre cool geblieben! Aber jetzt, auf der letzten Minute, ich wollte nach meinem Glas nach Hause gehen! Ich meine, den Gedanken kannst du streichen aus deinem Gehirn! Und cool war da nix! Hör mir lang! Ich hoffe nicht! Nein! Es war aber, ich sag mal so, es war süß! Also das ist der Kompromiss, es war süß! Ne, nicht! Echte Gefühle! Also wirklich, das war komplett echt jetzt! Das habe ich gemerkt und das weiß ich auch! Und deswegen... Ich bedanke mich auch für, dass du mir einen guten Appetit gewünscht hast! Zweimal hintereinander! Es war wirklich glücklich darüber! Als du das Essen gepostet hast, ne? Ja, genau! Ja! Ist doch nett von mir! Ja! Das bist du! Du bist nett! Ja, aber wie gesagt, wenn man sich irgendwo sieht oder so, dann ruf einfach, ich bin's! Hallo, hallo, ich bin's! Und dann komm ich wieder und machen wir unser Foto, okay? Ja? Auf jeden! Danke! Gut, meine Liebe, jetzt reißen wir uns ein bisschen zusammen! Okay? Na, ich freue mich auch, dass du... Du kannst jetzt deine Freundin nehmen und die so schütteln und würgen... Wenn wir aufgelegt haben, das ist okay, aber dann beruhigst du dich schnell wieder, okay? Das ist okay! Das kapieren, weil ich verliess! Oh Gott! Und jetzt gleich in den... Dings, ne? Oder wir machen's so... Wir legen erst 10 Sekunden später auf! Damit wir das noch hören! Da haben wir auch... Hättest du aber nicht sagen sollen! Achso! Das wollte ich dir jetzt so undercover sagen, leg nicht auf, dann hätten wir das Schütteln noch mitgekriegt! Wir legen genau jetzt auf! Ja, tschüss! Tschüss! Tschüssi, Janas! Tschüssi! Wir legen nicht auf, ich weiß nicht, wie man auflegt, aber ihr könnt auch gerne dran sein! Wir sind schon weg! Nein, wir seid noch da! Das ist nur noch ein Standbild! Achso, okay! Ja, passt auch! Das ist doch krass! Oh, scheiße, ey! Ich glaub das nicht! Shit! Ist mir da was jetzt? Oh, shit! Wir haben das Baby gewählt! Die sind, glaub ich, noch dran, oder? Ich weiß nicht, wie man auflegt! Okay! Oh nein! Sind die noch dran? Ich hab keine Ahnung! Ich weiß es nicht! Mach mal bitte laut an hier! Hör's ja! Fuck! Wie mach man es sehr laut? Ich check's nicht! Wie mach man das laut? Auf laut! Auf laut! Drücken! Mag er ja, ne? Ich hab mich vollkackt übernommen! Scheiße! Was? Meine Box hängt da drin! Das war hammer-alsich aus dem Hinterstieg! Nein! Oh nein! Ihr seid doch auf dem Konzert Weihnachten, regelt da doch was. Ja, wir sind Weihnachten bei euch. Bei dir auf dem Konzert. Alter. Ich dachte, das ist doch nicht so. Ja, jetzt leg doch mal auf. Als ob sie aufliegen würde. Ich telefoniere das erste Mal über Skype und ich würde niemals im Leben als erstes auflegen. Die haben aufgelegt, glaube ich. Jetzt haben wir aufgelegt, jetzt wirklich. Nein, haben die nicht. Hä? Ich verstehe das. Ja. Die Leute sagen alle, wir sollen zu Taddel. Was ist ein Taddel? Taddel ist ein ... Ey, tschüss jetzt, Janas. Tschüssi, wir gehen jetzt. Weißt du nicht, wer Taddel ist? Tschüss. Du hast doch noch ein bisschen mehr Zeit, ne? Wir müssen auch nicht unbedingt um acht fertig sein. Nein, man. Okay. Ich weiß es nicht. Nein. Die haben die sind. Ich weiß jetzt nicht, aber ich fühle mich, ich bin verunsichert. Nein, dann würdest du dich selber doch nicht mehr sehen. Hallo? Tu jetzt nicht einen auf heftig, Mann. Ich weiß es nicht, Alter. Tu nicht einen auf heftig. Na, wer sind die jetzt noch dran, oder nicht? Mach mal Fernseher lauter. Mach mal lauter. Das kommt aber Zeitverzöger. Guck doch mal, nee. Die sind immer noch dran. Ist das dein Ernst? Ich hoffe, alle, die sind noch dran. Die verarschen uns. Ach, Quatsch. Mach mal den Fernseher lauter, ich hab keine Ahnung, wie man auflegt wird. Die sind doch immer noch dran. Natürlich. Jana. Na. Ich bin's. Dein Gewissen. Du legst doch nicht auf. Bust du nicht auflegen? Das ist dein Herzenswunsch. Hallo? Hier ist der Perverse vom anderen Chat. Ach so, der. Der immer so atmet. Höh, 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 höh. Nein, wir legen jetzt wirklich auf. Ja, wir legen jetzt auf, okay? Ja, jetzt aber. Jetzt legen wir auf. Aber jetzt wirklich. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Ja? Wenn ihr jetzt nicht auflegt, dann rapp ich was vor. Ja, mach. Guck, jetzt kommt da was. Mach das. Hast du auch leise gedrückt? Nein. Und wenn sie mir das Go gibt, dann mach ich das. Was für ein Go? Willst du rappen? Ja, ich kann mir das von hier vor rappen. Na los, rapp. Von dir. Was? Nee, was eigenes von mir, das kenne ich alles. Und das kann auch keiner besser als ich. Das werde ich scheiße finden. Welches Lied willst du machen? Puh, ich hab da ein paar zur Auswahl. Wir legen jetzt auf, ja? Okay. Sei nicht bockig. Sei jetzt nicht bockig. Ich bin nicht bockig. Das ist der beste Tag meines Lebens. Der 5. Juni. Gut, dann leg jetzt auf. Die legt auf. Gut, wir legen jetzt auf. Tschüss. Tschüss. Und mich auf die Autogrammkarte. Ich auch. Also, ja. Kriegst du. Oder nee. So legst du, ne? Legen wir jetzt auf? Du legst auf. Ja, wir legen jetzt auf. Okay. 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 Ist das Kunst? Ich weiß es nicht. Aber ich verstehe nicht, warum. Ich bin warm. Warum legt ihr nicht auf? Noch gar nicht reden. Legt doch einfach auf jetzt. Ich lege jetzt auf, ja? Ja. Okay, Ruse. Ja, ey, jetzt legen wir wirklich auf. Jetzt legen wir auf, ja? Janas. Ihr beiden Janas. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ich lege jetzt auf. Ja. Yes, ich mache es jetzt. Ja. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüssi Kowski. Bis dann, wenn sie. Tschüssi. Tschüssi. Tschö mit Ö. Ciao, Kakao. Grüne Hölle. Mach das doch mal zu. Mach mal zu. Wie denn? Na, ihr. Auf roten Knopf. Ich weiß nicht. Ich möchte nicht. Okay. Ja, ich weiß. Ich muss auf rot drücken. Ja, alles klar. Tschüssi. 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 Ja, Janas darf nicht auflegen. Das brauche ich. Ich mache es jetzt. Ich mache es nicht auflegen. Happy? Schnell es da raus. Ich lege es auf. Okay, ich lege auf. Ciao. Tschüssi. Ich war zuerst. Ich habe es zuerst geschafft. Ich habe es zuerst geschafft.